Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück zu Black Mesa mit mir, dem Mingo Viva. Und ja, wir waren letztes Mal hier stehen geblieben bei diesem komischen Vieh. Mal gucken, ob es damit kaputt geht. Naja, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe auf jeden Fall diesen Knopf gedrückt. Es ist auch was angegangen. Und ich gehe jetzt einfach mal hier lang. So. Mhm. Ja. Sehr gut. Du machst alles richtig, mein Junge. Auf Wiedersehen. Er ist kaputt. Es hat oben gemacht. So, ein bisschen noch den Anzug aufladen wieder. Und dann geht es schon weiter. Cool. Jetzt wird es wieder die Frage. Will ich einfach wieder zurücklaufen? Ich glaube schon. Ah. Nicer dicer dicer dicer. Äh, natürlich die Frage. Hier ist auf jeden Fall... Oh, mega nice, Alter. Cool. Äh, ja, welchen... Welches Auto nehme ich denn? Ich glaube, das hier, ne? Ich glaube. Du 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 du... Hi. Die Dombe steht noch nicht töten. Ja. Aha. Thank you. Bye, bye. See you later, alligator. Cool. Wir haben es geschafft. Oh. Hey, es ist Friedman, nicht wahr? Ja. Was? Okay. Bye, bye. Und jetzt geht es wieder ab. Immer weiter runter. Ich verstehe es gar nicht. Ich will dann nach oben. Nach oben. Nein, immer weiter runter, 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 runter. Aber gut. Ich bin mal gespannt, wo ich jetzt schon wieder, von welchen Seiten ich jetzt gleich wieder angeknabbern wäre. Mal kurz überall nachladen in der Zeit, wo ich das kann. Ist okay. Da ist auch alles okay. Start kurz nachladen. Auf Schienen. Auf Schienen. Wo kommt ihr denn alle her? Hier kann ich sowieso nichts machen. Das ist einfach nur so ein Standortpunkt. Keine Ahnung. Ist das eigentlich unter Strom hier? Na ja. Mal langsamer. Immer langsamer. Okay. Ich kann die nächste Geschwindigkeit machen. Ein bisschen druselig ist das ja, ne? Äh, da kommt wieder so ein Vieh. Was läuft dann entlang? Mal ein bisschen schneller. Ah, jetzt geht's nach oben. Hä? Hä? Hey! Hier mal erstmal gucken. Oh. Entschuldigung, dass dich getroffen hat. Können die hier runter? Aber was soll ich denn hier unten? Ne, 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 komm. Ich fahr ganz normal nach oben. Da oben. Hallo? Bin ich alleine in dem Tunnel hier? Ah. Ja, ich wollt grad sagen. Wir bleiben erstmal kurz hier stehen. Heißt, die Frage... Kann ich das überhaupt... Ne, kann ich gar nicht. Okay, das heißt, ich muss da. Okay. Aber wie gesagt, ich hab keinen Bock... Irgendwie hier was zu erleben. Aber ich kenn das Level noch von früher, von Half-Life. Das war nicht ohne. Okay. Das musste sein. Weil die Viecher... Die hasse ich. Schaff ich sie wieder hier runter? Ja, muss ich. Ich geh jetzt mal kurz zu Fuß. Ja, 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 ja. Aha, 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 aha. Ihr hängt auch hier so komisch wie halb acht. Ist ja die Frage. Hier komm ich dann nicht mehr lang. Hier... Ein... Kopf-Creeper. Aha. Muss ich gleich da nach unten? Da ist mein Aufzug. Guck, geht sowieso nicht weiter. Ja, 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 ja. Ich hab es jetzt ausgemacht. Mhm, 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 mhm. Ach Gott, ist das spannend. Äh... Sind wirklich alle tot? Ich speichere kurz. Ist besser. Bier kommt mit mir. Ah, beide sind an. Jetzt könnte ich ja theoretisch wieder Strom anmachen, oder? Komm ich hier nicht rein? Hä? Oh, ist denn noch irgendwo ein Kabel, was ich machen muss? Die beiden hab ich drin. Weißt du was, ich fahr jetzt einfach mal mit meinem... Guck, und früher wär man gestorben. Hier an der Stelle. Also wenn man auf die Stufen tritt. Okay, jetzt fahr ich einfach mal hin. Mal gucken. Vielleicht muss auch irgendwas ausgelöst werden. Okay, mal hier gucken. Aber hier geht's doch nicht weiter, oder? Ne. Ah, seltsam. Das Brückenstück muss runter. Ja, 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 ja. Okay, warte mal. Wo ist denn ein Brücken... Brückenstück? Ah, guck mal an, guck mal an, guck mal an. Jetzt ist die Frage, wie komme ich da nach oben? Hier war definitiv... Da unten geh ich aber nicht. Da wird's, bevor ich auch nicht... Vielleicht, warte mal, ich geh mal kurz hier nochmal hoch. Hier war ja... Da... Da. Ah, hallo. Cool. Auch alle. Naja. Ha! Na, wie nice ist das denn? Wenn man was schafft in dem Spiel, ist es schon geil. Und es ist einfach so schön einfach gemacht, weißt du? So simpel, aber irgendwie auch gruselig und spannend. Das macht ein erfolgreiches Spiel für mich aus. Natürlich auch die Story, klar. Äh, auch wenn die hier nicht ganz sooo extrem relevant ist. Also so extrem. Und dann... Toll. Das war überhaupt nicht gut. 15 Leben noch zu haben, das ist richtig scheiße in dem Untergrund hier. Fuck. Aber gut. Wir stellen uns der Herausforderung. Oder? Ja, natürlich. Da bleibe ich doch mal kurz stehen. Ich gehe nochmal vorsichtig ein bisschen weiter nach vorne. Weil irgendwie ist hier eine Bremse. Da bleibe ich. Da bleibe ich. Da bleibe ich. Da bleibe ich. Wir versuchen es jetzt mal auf granatenmäßiger Basis. Na, wo bist du? Geht doch. Geht. Was? Die Freeman? Alter. Aber nicht nett. Kein Leben hier? Ich brauche aber Leben. Entschuldigung, Junge. Ich brauche Leben. Ich muss noch was speichern. Die sind mies. Die sind mies. Jetzt ist die Frage... Ja, also. Komm rein. Hä? Ja. Ja. Ah, ihr werdet doch hier irgendwo Leben Lebenselixier Ich hätte mit dem Fahrstuhl eh nicht mehr weiterfahren dürfen Das ist schon mal gut Oder? Nee, wäre eh zu Ende gewesen Aber gerne speichere ich jetzt hier Und werde nochmal zurücklaufen Komplett Äh, nee, da nicht Hoch Da, da Genau So, da hätte man auch nicht her gekonnt Und mein Aufzug war ja Näh, die klein Mal kaputt machen Wie gesagt, da steht er Wir können natürlich jetzt mal kurz mit ihm hin Dann wären wir jetzt hier gewesen Werden jetzt hier lang gelaufen Die Freeman, Alter Hat er sich rumgesprochen, dass ich ein übelster Motherfucker bin oder wie? Folgst du mir nicht? Okay, warum nicht? Ja, komm mit Ich brauch deine Unterstützung Gibt's hier irgendwas Geiles? Oh, warte mal Da ist auch nichts Komm mit mir Einfach immer drauf Drauf, 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 drauf So geht das hier Noch hier jemand? Was ist denn, woher Wann schießt du denn nicht? Hallo, mein Freund Wo du sein Und wieder Neuläben Ach, ist das herrlich Okay, auf 100 Da ist wieder nichts Okay, ist oberhalb Okay Okay Okay, das Tor geht auf Nein Ah, wie nice Okay Hier ist auf jeden Fall Eine Rakete steht hier Da ist noch eine Das ist schon mal gut Da kommen wir nicht lang Aha Kommen wir auch nicht lang Jetzt wäre es die Rakete gleich starten Ich glaube wir sind gleich oben Ich glaube wir sind gleich oben Ähm Wie komme ich denn hier raus Alles schön und gut Aber Hm Dann muss ich wieder nach unten Ah Cool Ah, stopp, 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 stopp Wir machen beim nächsten Mal weiter Ja, es hat mich gefreut Dass ihr eingeschaltet habt Und es würde mich natürlich freuen Wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet Bei Blake Mesa Mit mir, Mingo Viva Bis zum nächsten Mal Haut rein Tschüss 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 Vielen Dank.